Hi zusammen, ChatGPT hat eben ein großes Update ausgerollt, aber nicht nur die Nutzeroberfläche sieht jetzt deutlich anders aus, auch in der Funktionalität hat sich einiges geändert. Das ist jetzt hier die neue Übersichtsseite, wenn man auf chat.openai.com geht und statt jetzt hier in der Mitte sein Modell auszuwählen, kann man jetzt nur noch in Anführungszeichen GPT 4 oder GPT 3.5 auswählen. Was wir jetzt nämlich neu haben ist folgendes, wir haben die ganzen Einzelfunktionalitäten, die vorher hier in der Mitte waren, wie zum Beispiel Code Interpreter, DALI 3 oder auch GPT mit Vision haben wir jetzt in einem Modell und das erlaubt natürlich auch vollkommen neue Analysemöglichkeiten. Kleines Beispiel, ich lade hier ein Bild hoch mit Lebensmitteln, die ich eben bei mir in der Küche habe und jetzt möchte ich mir diese Lebensmittel mal auflisten lassen. Im nächsten Schritt möchte ich mir dann aus den Lebensmitteln ein Gericht erzeugen lassen und zwar über DALI 3, also im Bild von einem fertigen Gericht. Also liste mir alle Zutaten bzw. Lebensmittel auf dem Bild auf. Ganz wichtig, man kann nicht in einem Schritt sagen, ich möchte mir die Zutaten auflisten lassen und danach direkt das Ganze über DALI 3 erstellen lassen, sondern das muss in zwei separaten Prompt sein. So, jetzt können wir sagen, erstelle mir aus diesen Zutaten ein Bild von einem Gericht über DALI 3. So, also das sehen wir, wurde jetzt von DALI 3 erzeugt, jetzt kriegen wir hier noch eine kleine Beschreibung, hat noch ein bisschen was dazu, Gedichte, wir sehen hier Oliven und so weiter sind dabei, jetzt hat auch sogar die Marke von den Oliven erkannt, also wirklich gut. Und jetzt können wir sozusagen in einer Feedbackschleife dieses Bild wieder von GPT mit Vision analysieren lassen. Was siehst du auf dem letzten Bild? Und jetzt können wir dieses Bild zum Beispiel nehmen, um das wieder als Input an DALI 3 zu schicken. Also wir können sozusagen jetzt anfangen mit GPT 4 eine Feedbackschleife zu erzeugen und unser Bild so iterativ zu verbessern. Den Output von DALI 3 und auch von GPT mit Vision könnten wir jetzt verwenden, um dann über den Code-Interpreter ein PDF schreiben zu lassen. Und wir könnten dann am Ende eine Anleitung eben für das Erstellen von einem Gericht machen. Und das ist eben diese Kombination aus diesen verschiedenen Modellen jetzt in einem einzigen, ja in einem einzigen Modell sozusagen vereint. Und das macht GPT 4 einfach noch eine ganze Ecke mächtiger. Eine weitere Neuerung kann man jetzt hier unten sehen und zwar bei dem Explore-Button. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man sich eben verschiedene Custom-Chat-GPTs hier lädt. Und dafür klickt man zum Beispiel einfach auf einen drauf und dieses Chat-GPT hat jetzt gewisse Funktionalitäten. Hier sehen wir, haben wir auch so Pfeile, die wir eben anklicken können und jetzt können wir uns zum Beispiel hier vorgefertigt eben so ein Emoji erstellen lassen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten eben das Ganze zu customisen und das Spannende ist, man kann dann eben auch selbst sowas machen. Und das gucken wir uns im nächsten Schritt an, hier mal ein kleines Beispiel eben von so einem predefined Chat-GPT mit eben einer eigenen Persönlichkeit und eigenen Funktionalitäten. Also eigen im Sinne von, man kann eben Funktionalitäten vordefinieren. Wie das Ganze geht, gucken wir uns am besten mal einfach jetzt an. So und zwar geben wir auf Explore und jetzt können wir hier bei My GPTs hier auf den Button klicken und jetzt können wir im nächsten Schritt einen eigenen Chat-GPT erstellen. Nun mal hier als kleines Beispiel, wir können sagen, was wir eben machen wollen. Wir können hier Dateien hochladen, das ist eben unsere Wissensgrundlage dann für unseren eigenen Bot und hier drin können wir das Ganze dann noch konfigurieren. Also wir können einen ganzen eigenen Namen geben, wir können eine Beschreibung geben und auch noch eine Instruction hinterlegen, also sozusagen die Systemnachricht von diesem Bot. Wir können eine Default-Message hinterlegen, wir können weitere Files hochladen und auch noch Actions hier triggern. So ganz im Detail konnte ich mir jetzt noch nicht angucken, da werde ich wahrscheinlich am Wochenende ein Tutorial erzeugen, dass ihr auch sehen könnt, wie man so ein eigenes Chat-GPT erstellt mit eigener Persönlichkeit, eigenem Logo und so weiter und auch wie man das dann als Plugin, eben wie man jetzt hier gerade gesehen hat, auch für andere User dann zur Verfügung stellen kann. Also auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns, bis bald. Ciao. Ciao.